Also, schießen wir es aus. Ja. Oh, da wird der kleine Tempo wieder mal gewinnen. Seid ihr endlich soweit. Jeder von uns hat vier Schuss. Macht mal Platz da. Hey. Ja, ja. Wer fängt denn überhaupt an? Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. So, so. Genau, ja. Und? Was? Herr Bürgermeister, keine Absicht. Ja, ja, weiß ich. Okay. Und der letzte ist der beste. Okay, okay, jetzt mal hier dran. Hey. Ihr wisst schon, nur ein Schuss ins Herz, wenn alle anderen. Ein Schuss ins Herz, wenn alle anderen. Oh. Ich muss noch ein Schuss ins Herz, wenn alle anderen. Ich muss noch ein Schuss ins Herz, wenn alle anderen. Aber der vielleicht. Oh. 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 Hey, ihr geschäfts Zentren! Ja? Ich glaube, gerade eben habe ich meine alten Szenen verstanden. Heer! 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 Bravo, bitte nicht her! Äh, Bravo! In letztem Moment hast du mehr hochgelegt, wüsst du was? Ein Schussesherz löscht alle anderen die sich in den Worten zu uns. Übrigens, lasst aber... Sollen die Wiener den Szenen dann gut gebrauchen? Ja, ja, genau! Die hätten das halt für ein Geschäfte. Ein Geschäfte? Ja, doch, wir haben vielleicht gut gesonnen. Das ist heute auch viel überreden. Ja, das ist immer gerne, wo wir einigen... So! Es ist schon ziemlich spät, und bevor wir weggehen, die beiden noch ein, kennt ihr Musik! Hoppa! Und mit der Wiener den Szenen auf die Karte zum Szenen finden. Und mit dem Bauten die Karte zum Szenen finden. Das ist schon ziemlich spät, dass wir in den nächsten paar Szenen wir hier scheinen mögen. Und mit der Karte zum Szenen finden. Das ist schon ziemlich spätig, weil wir das nicht einigen. Sie können im Rennen haben jetzt passou ab. Untertitelung des ZDF, 2020